So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir sollen sieben Sekunden im sieben Meter Umkreis eines fliehenden Huhnes machen. Also ihr sollt halt einfach ein Huhn hinlaufen und einfach daneben bleiben innerhalb von sieben Metern. Ist eigentlich ziemlich simpel, ich zeige euch das Ganze, wie ich das jetzt vorhabe. Ihr seht schon, einige sind auch schon so weit wie ich. Und denkt daran, wenn ich euch schon weiterhelfen konnte, indem ich euch nur schon den Ort verraten habe, gern natürlich ein Like da lassen, wenn noch kein Abonnent ist, gern ein Abo raushauen. Ja, der macht die Aufgabe ein bisschen falsch. Ach Gott, einfach nur, so wie die das hier machen, einfach neben dem Huhn herlaufen. Ich hoffe, jetzt kommen nicht die Spezialisten, die wieder unbedingt Pickaxen müssen. Zack, einfach nebenherlaufen. Ach, ich habe meine Ehrenlobby erwischt. Na, zack, und schon habt ihr das Ganze geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und zack, war mir klar, er hat die Aufgabe, dann muss er natürlich den Kill machen. Aber die Rechnung hat er ohne mich gemacht. Ich habe den Kill gemacht. Also, in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Euch noch viel Spaß beim Leveln und haut herein.